Hallo liebe Leute, Schjami hier und willkommen zu einem weiteren Video und zwar habe ich ja schon im Addon Video erwähnt. Ich würde gerne ein Video machen, wo ich euch halt näher bringe, wie mein Interface eingestellt ist, was ich für Makros teilweise mache, was ich dort benutze, wie meine Keybindings aussehen und wie ich da vorgehe und genau das schauen wir uns jetzt hier in dem Video an. Kann sein, ich weiß es jetzt noch nicht, je nachdem wie lange das Video wird, ob es ein oder zwei Teile werden, ansonsten machen wir hier den Anfang erstmal mit dem Keybinding und was man dort beachten sollte bzw. was das Keybinding generell eigentlich bringt. Und zwar Keybinds bzw. Hotkeys heutzutage sind mehr oder weniger dafür da, um einfach eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit zu haben. Gaming entwickelt sich immer weiter, so wie viele andere Sachen im Leben natürlich auch und Klicken ist einfach immer etwas, womit ihr einfach langsamer im Game seid, weil es hat einfach zu viel Downtime habt bzw. euch teilweise einschränken kann. Denn wir brauchten nur das Beispiel hergehen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich drücke hier den Hotkey bzw. ich klicke hier einmal den Hotkey und ich klicke einmal wütender Schlag. Ich habe immer eine Traveltime, die ich mit der Maus zurücklegen muss zwischen den zwei Fähigkeiten. Das Ganze habe ich bei Hotkeys natürlich nicht, weil ich hier teilweise fast zeitgleich beide Hotkeys hämmern kann und in dem Sinne halt einfach eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit erzielen kann, wo ich mich dann auch noch zusätzlich freier bewegen kann. Und zwar das Hauptproblem beim Klicken ist, dass man einfach so eine so unglaublich langsame Reaktionsgeschwindigkeit hat, wenn es darum geht, sich frei um Ziele herum zu bewegen, während man gegen diese kämpft, also während man auch aktiv Schaden macht. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und hier klicke, ich kann immer nur hergehen und halt gewisse Fähigkeiten ausführen, kann mich dann erst bewegen, muss mich immer wieder zum Ziel hindrehen, damit ich halt Fähigkeiten ausführen kann. Das Ganze habe ich nicht, wenn ich das mit Keybinds angehe, denn ich kann mich die ganze Zeit frei ums Ziel rundherum bewegen, währenddessen ich halt meine komplette Schadensrotation fahre, ohne dass ich halt immer quasi eine Downtime habe, währenddessen ich halt mich mit Klicks bewege oder halt versuche, mich irgendwie mit Keyboard-Turn quasi irgendwie neu zu positionieren. Da hat man halt immer einfach eine gewisse Downtime mit drinnen. So, ich habe mal recht verzweifelt versucht, ein Setup aufzubauen, wo ihr halt zumindest meine Tastatur ein bisschen sehen könnt. Deswegen habe ich hier die zweite Webcam einmal angeschlossen. Ich hoffe, dass es halbwegs okay ist. Hier über mir seht ihr einmal quasi meine ganz normale Tastatur beziehungsweise halt meine Hand auf der Tastatur. Und das sehen wir schon, wir können uns ganz normal mit WASD halt einfach hin und her bewegen. Das Ganze, wie mein Movement normalerweise aussieht, bevor wir zum Keybinding kommen, ist, ich habe bei meiner Maus hier immer die rechte Maustaste permanent gedrückt. Denn wenn ich die gedrückt halte, dann kann ich mich mit der Mausbewegung einfach zusätzlich hier, wenn ich zum Beispiel nur A drücke oder nur D drücke, halt frei um ein Ziel hin und her bewegen, währenddessen ich zum Beispiel hier ganz normal mal in die Rotation drücken kann, um so halt, ja, möglichst wenig Downtime zu erzielen bei dem Ganzen. So, ich habe zumindest mein Movement. Es gibt natürlich auch noch andere Ansätze. Ich gehe hier nur von dem aus, wie ich das Ganze persönlich angehe. Das heißt, es gibt natürlich auch noch andere Lösungsansätze. Es gibt auch viele Leute, die sich über Klicks ansonsten bewegen, wo man halt permanent beide Maustasten gedrückt hält. Das ist wieder nicht so mein Ding, weil da kann man wieder nur schwer aktiv verstehen bleiben. Im Gegensatz, wenn ich hier mit WASD und der rechten Maustaste laufe, dann kann ich mich immer genauso positionieren, wie ich mich halt positionieren will, um, ja, wie gesagt, möglichst wenig Downtime in dem Ganzen drinnen zu haben. Davon ausgegangen, also von meinem Movement her ausgegangen, sollten natürlich dann auch die Hotkeys aussehen. Das heißt, wir versuchen alles so zu binden, dass wir immer davon ausgehen, dass der Mittelfinger auf W ist, währenddessen die anderen Finger alle möglichen Tasten erreichen können, die wir halt so als Hotkey hier drücken sollten. Das heißt, wenn wir hier schauen, um es halbwegs angenehm zu halten, der maximale Taste, die ich drücken könnte, wäre hier T auf der Seite. Dann könnte man zum Beispiel hier noch mit dem Daumen G drücken, B, V und so weiter. N würde noch gehen, ist aber schon ein bisschen problematischer. Das kommt dann auch auf eure Handgröße an, beziehungsweise halt wie ihr euch leicht tut bei dem Ganzen. Aber wie gesagt, ich gehe immer davon aus, dass mein Mittelfinger ist immer auf W. Das heißt, der bleibt auch meistens auch dort drauf. Der ist eigentlich nie dazu da, um irgendwelche Hotkeys zu drücken, sondern eher immer der Ring- und der Zeigefinger, beziehungsweise kleine Finger und Daumen, die halt dafür zuständig sind halt, dass man hier die verschiedenen Hotkeys drückt. Dann, was noch ganz, ganz praktisch ist, ist, wenn man zum Beispiel eine Maus hat, wie eine Razer Naga oder zum Beispiel eine, was ich hier habe, Corsair Scimitar. Da hat man hier auf der Seite noch mal zusätzlich Tasten, die man auch alle beinden kann. Die ganzen kann man auch modifieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, einmal, wenn ich alles drücke, ist ein einzelner Hotkey oder wenn ich zum Beispiel Shift gedrückt halte und dann hier drücken, sind nochmal einzelne Hotkeys oder SDRG gedrückt oder Alt gedrückt. Je nachdem, was ich dort denn beinden will. Dann kann ich aus den zwölf Hotkeys halt ganz schnell 36, 48 oder was auch immer Hotkeys machen. Und dann habe ich da nochmal zusätzlich mehr. Und genau das schauen wir uns jetzt an, wie ich das Ganze hier gebeindet habe. Und zwar, um zu den Keybinds zu gelangen, braucht ihr einfach nur Escape drücken. Drückst hier auf Tastaturbelegung und dann habt ihr hier schon alle möglichen Optionen, die ihr hier einstellen könnt. Ich gehe jetzt alles hier mit euch Schritt für Schritt durch, was ich hier gebeindet habe, was ich nicht gebeindet habe. Und zwar, ich bin eigentlich generell immer der Ansicht, dass ich alles anbinde, dass ich es nicht auch wirklich tatsächlich brauche. Das heißt, ich brauche nicht wirklich unbedingt die Interface-Binds für zum Beispiel meine Charakter-Info oder sonst irgendwas öffnen, weil das sind alles Binds, die ich halt locker für irgendwas hernehmen kann, um halt ja zum Beispiel eine Fähigkeit auszuführen, die dort einfach einen besseren Platz findet. Das heißt, Bewegungstasten sind bei mir ganz normal wie ASD. S ist manchmal ein bisschen verschrien, weil es halt für Backpeddeln steht. Was genau ist Backpeddeln? Und zwar, Backpeddeln ist im Endeffekt das hier, wenn man über S sie rückwärts bewegt, warum ist das verschrien? Und zwar Backpeddeln ist vor allem im BVP als, äh, im BVP generell oder im PVE als DPS oder Heiler nicht gern gesehen. Warum? Ähm, weil man weniger Movement Speed dafür hat und es gibt kaum Situationen, wo man es tatsächlich braucht, denn man kann in-game immer strafen. Das heißt, wenn ich rechte Maus, dass ich gedrückt halte und A oder D drücke beim Zurücklaufen, kann ich trotzdem nach vorne attackieren und hab halt zeitgleich, ähm, vollen Movement Speed. Denn wenn ich normal laufe, bin ich bei 100%, wenn ich allerdings rückwärts laufe, bin ich bei gerade mal 60% meiner Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, man sollte immer quasi vorwärts laufen. Einzige Ausnahmesituation, die man hat, wo man S benutzt, ist als Tank und zwar in Raid oder Mythic Plus, weil es wirklich manchmal durch das Mob-Path-Wing Situationen gibt, wo es halt hilft, ein paar Schritte zurückzumachen, sodass man aktiv blocken kann. Aber selbst da, wenn man große Mob-Packs kitet oder so, versucht man immer zu strafen, denn der Block zählt trotzdem nach vorne, auch wenn der Charakter gerade seitlich strafet. Das heißt, wir gehen wieder rein hier in Tastaturbelegungen, Bewegungstasten, WASD. Man kann sich seitenschritt links und rechts beinden, anstatt von links wenden und rechts wenden. Das bleibt an euch überlassen, was euch da besser gefällt, könnt ihr ja einfach mal ausprobieren. Springen, ganz normal, Leertaste, dann haben wir hier zum Beispiel, ähm, aufstehen, hinsetzen und so weiter. Waffe wegstecken und automatisch rennen. Das Waffe einstecken, das braucht man nicht unbedingt. Ich nutze dafür immer Keys auf meinem Numpad. Das heißt, alles, was jetzt nicht unbedingt benutzt wird, weil dann kann ich ja zum Beispiel für RP-Aktionen oder so, kann ich halt einfach die Waffe dort wegstecken und kann halt damit halt, ja, quasi mir Hotkeys ersparen, in dem Sinne. Automatisch rennen ist sehr, sehr praktisch. Ähm, das ist bei mir automatisch auf NumLock. Was ich euch sonst noch empfehlen könnte, wenn ihr eine Maus habt, äh, mit einem Mittelklick in der Mitte, also entweder hier hinterm Mausradklicks oder Mittelklick selber, äh, kann man sich da auch nochmal das automatische Rennen beinden. Was macht das? Im Endeffekt, man rennt halt einfach automatisch, wenn ich NumLock drücke, kann ich halt meine Hände hier wegnehmen von der Dastatur und kann mit der Maus einfach navigieren. Ist immer ganz praktisch, wenn man halt zufällig oder ganz schnell irgendwo hin will und halt, ja, eine Hand gerade frei braucht. Dann haben wir, ähm, Rennen gehen, umschalten. Braucht man auch nicht unbedingt. Ist ja im Endeffekt der RP-Walk. Also das kann man auch im Endeffekt auch sonst ausstellen. Dann haben wir Chat-Funktionen. Hier habe ich alles aus, außer halt den Chat öffnen. Mehr brauche ich nicht. Mehr ist auch nicht wirklich notwendig. Dann kommen wir eigentlich zu den eigentlichen Keybinds, und zwar Aktionsleiste. Hier, wie gesagt, gehen wir davon aus, dass der Mittelfinger immer auf W ist, und wir schauen, was wir alles erreichen. In meinem Fall bis 5 kann ich easy drücken, und danach kommen halt andere Hotkeys. Dann könnte ich zum Beispiel Q beinden, E beinden, R, F, G, T, V, C, X, Y, und so weiter. Kann ich hier alles beinden. Dann, wenn es hier weiter geht, Richtung Z, haben wir ja vorher schon gesehen, zu Z komme ich nicht ganz rüber mit dem Finger. Das sind dann die Hotkeys, die bei mir, in dem Fall, auf der Maus gebeindet sind. Da kommt es dann wieder drauf an, auf eure Maus-Software, ob eine Razer-Maus, eine Corsair-Maus, was auch immer. Das könnt ihr dann einstellen, was die Hotkeys hier tatsächlich sind. Bei mir ist das halt Z, H, J, K, alles irgendwie auf der rechten Seite der Tastatur, das ich halt gar nicht erreichen kann. Das habe ich halt dann schlussendlich hier auf der Maus gebeindet, damit das nicht, weil standardmäßig ist das 1 bis 9 belegt, und das finde ich persönlich nicht gut, weil das kann ich ja eh mit den Fingern noch erreichen. Deswegen beinde ich mir da halt wieder andere Keys drauf, die ich halt jetzt nicht unbedingt erreichen kann. Und dann sehen wir schon, das habe ich hier gebeindet. Das gleiche ist zum Beispiel F5, ist bei mir halt in dem Fall, der Klick hinter dem Mausrad, der hier gebeindet ist. Und dann gehe ich halt davon aus, dass ich alles so beinde. Ihr müsst das natürlich nicht so beinden, wie ich jetzt in dem Fall, sondern könnt das halt so beinden, wie ihr das dann persönlich am angenehmsten empfindet. Dann, ganz, ganz wichtig, spielt der Magier, spielt der Hunter, Todesräter oder was auch immer. Eure Begleiter haben gewisse Fähigkeiten. Auch die lohnt es sich zu keybeinden. Zum Beispiel jetzt im Falle vom Frostmagier, den Elementar Freeze, will ich natürlich beinden, weil der kann mir natürlich nochmal helfen, dass ich einen zusätzlichen Shatter machen kann. Das ist bei mir in dem Fall Umschalt-U. Das ist bei mir also einmal Umschalt-Taste drücken und dann auf der Seite bei der Maus drücken. Das wäre bei mir der Elementar Freeze. Oder verschiedene Pad-Fähigkeiten, wie anspringen vom Decay für einen Kick, wenn das Pad mutiert und so weiter. Das kann man sich also auch noch beinden. Da können dann natürlich auch mehrere Fähigkeiten beinden. Vor allem für alle Leute, die jetzt Hunter-Main sind oder Magier-Main oder was auch immer. Es lohnt sich sogar, die Pad-Bewegung zu hotkeen, wo man sagen kann, Pad geht da hin, Pad geht dorthin. Warum? Man kann zum Beispiel, Beispielsituation im BVP, könnte man hergehen als Hunter und kann sagen, man schickt das Pad durch die Arena durch, währenddessen man in Camouflage, im Stealth ist. Der eigene Priester kann dann quasi Mindsier drauf machen und versuchen halt, andere Stealfer damit rauszuholen, ohne dass irgendjemand das Pad sieht, dass es dort in der Gegend, durch die Gegend geht und der Hunter sich nicht bewegen muss. Man kann das Pad auf seinen Heiler drauf schicken, um zum Beispiel gewisse Fallen und so weiter zu fangen. Also da gibt es einige Situationen, wo das sehr, sehr hilfreich sein kann. Dann gehen wir weiter und zwar zu weitere Aktionsleisten. Was ist das jetzt? Und zwar weitere Aktionsleisten, das sind die Leisten überhalb der Actionbar, beziehungsweise dann die rechte und linke, die man einblenden kann. Denn wir können hier auf Escape Interface gehen, Aktionsleisten und dann können wir hier alle möglichen Aktionsleisten quasi anzeigen, die wir halt angezeigt haben möchten. Und dann kann man das hier alles nochmal extra Hotkeen und je nachdem einstellen, wie man das denn haben will. Man sieht schon, das sind hier wieder meine Hotkeys, wo ich hier durchgehe. Das ist wieder einmal Tastatur, alles was ich erreiche, beziehungsweise halt Maus, alles was ich sonst nicht unbedingt erreiche. Genauso Umschalt F5, Umschalt F6, da sind ja wie gesagt Maus hinten bei mir, Alt J ist auch Maus. Und da kann man hier wieder alles beinden, beziehungsweise alles anbeinden, was man hier nicht unbedingt braucht. Dann gehen wir weiter zu Zielfunktionen. Zielfunktionen, sehr sehr praktische Hotkeys. Und zwar haben wir einmal das normale Tab Targeting, das ist nächster Freund oder nächster Feind anvisieren. Und dann haben wir einmal gegnerisches Ziel scannen. Das ist das, was ich immer aktiv habe. Also wenn ich die Tab Taste hier oben drücke, dann scannt es das Ziel. Das heißt, wenn ich das hier zumache, dann kann ich hier Tab Target gedrückt halten und kann meine Maus einfach hin und her bewegen. Und dann sieht man, dass je nachdem in welche Richtung ich mich bewege, wird das jeweilige Ziel anvisiert. Beim normalen Tab Targeting ist einfach, dass wenn ich hier Tab drücke, dann nochmal Tab, dann wird der anvisiert. Ansonsten hier kann ich es gedrückt halten und dann switcht halt das Target automatisch ganz einfach mit, je nachdem, wo ich gerade anvisiert habe. Was euch da lieber ist, das müsst ihr selber wissen. Was ganz ganz praktisch ist, für alle, die jetzt nur PvP spielen, also absolut kein PvE, kann man hier zum Beispiel nächster feindlicher Spieler anvisieren. Warum ist das gut? Weil man da nicht aus Versehen mit Tab Targeting die tausenden Pads von Hunter, DK oder was auch immer anvisiert, sondern man anvisiert immer automatisch einen gegnerischen Spieler und hat nie das Problem, dass man aus Versehen irgendwelche Begleiter oder Pads anvisiert, die halt irgendwo gerade in der Gegend rumstehen. Das kann nämlich sehr, sehr oft nervig sein. Allerdings dürft ihr da nicht vergessen, wenn ihr wieder BVE spielt, dann müsst ihr das wieder umstellen, weil sonst funktioniert es natürlich nicht, weil das halt nur für feindliche Spieler geht. Außer ihr macht einen extra Hotkey. Das bleibt euch ja dann selber überlassen. Dann, was ich immer gebeindet habe, ist Gruppenmitglied 1 und 2 anvisieren. Das ist bei mir Mausrad nach oben und Mausrad nach oben. Ah, Mausrad nach oben und Mausrad nach unten. Das ist, wenn jetzt eine meiner Gruppe ist, zum Beispiel mein Main-Account ist hier gerade in der Gruppe. Das heißt, wenn ich Mausrad nach oben fahre, dann habe ich den ausautomatisch im Target. Warum habe ich das? Und zwar, weil ich gerne in Arena heal, vor allem in 3V3. Und da ist es immer nützlich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden schnell anvisieren will und den anklicken will, dann kann ich einfach Mausrad nach oben, Mausrad nach unten ist immer Target 1, Target 2 und kann da immer die ganze Zeit hin und her wechseln, sodass ich das ein bisschen eine schnellere Reaktionszeit habe. Ansonsten auch hier alles anbeinden, was man nicht unbedingt braucht. Das, was ich hier noch gebeindet habe, das für alle, die gerne Arena spielen. Und zwar ist das Arena Gegner 1 auswählen, denn man kann zwar mit dem Zielen hier nächster Feind anvisieren, kann man mit Tab anvisieren, man kann aber auch automatisch Arena Target 1, 2, 3 anvisieren. Und das ist genau, was das hier macht. Das bei mir Umschalt, Ä, Ü und Ö. Das sind bei mir quasi die Tasten bei der Maus ganz hinten. Das ist mein Targeting für Arena. Einmal mit Umschalt ist anvisieren und einmal mit Steuerung ist das Fokus Ziel auswählen. Dann Interface Optionen habe ich hier überhaupt alles aus außer die Weltkarte. Das heißt, nur die Weltkarte ist an und hier das Spielmenü ein- und ausmachen. Weitere Funktionen haben wir einmal hier Benutzeroberfläche ausschalten. Das ist quasi, weil man hier die Benutzeroberfläche nicht sehen will, für einen schönen Screenshot oder so. Und dann haben wir hier noch Druck für Screenshots. Dann Kamera Funktionen, weil natürlich, weil ich ja gerade Mauswheel up und down gebeindet habe. Ich habe hier einfach alt gedrückt, Mauswheel up und down. Das ist bei mir quasi, wenn ich hier alt drücke und dann raus und rein zoome, das ist halt meine Charakter, äh, ja, meine Charakterkamera, wo ich die haben will. Und wenn ich nur Mauswheel up und down mache, ist es halt mein, ähm, mein Targeting. Dann Zielmarkierungen habe ich gar nichts. Fahrzeugsteuerung braucht man nicht unbedingt. Das Hochzielen, Tiefzielen, das braucht man auch nicht. Das kann man alles mit der Maus machen. Dann gibt es hier noch Addon Binds, aber selbst da habe ich eigentlich gar nichts gebuint. Das sind einfach die Standard-Dinger, die drinnen sind. Würde ich aber im Idealfall alles ausstellen. Warum? Äh, denn manchmal hat man Hotkeys drinnen, die irgendwie zu blöden Situationen führen können. Vor allem, ich spiele sehr viel mit Modifier-Makros. Und da habe ich das Problem, wenn zum Beispiel hier Aktionsleisten und dann gibt es hier zum Beispiel so, ähm, Hotkeys für Aktionsleisten-Switch. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das hier drinnen war. Aber da gibt es zumindest so, ähm, Hotkeys quasi, wo man die Aktionsleiste wechseln kann. Und das sollte man auf jeden Fall rauslöschen, weil sonst switcht man wieder aus Versehen. Äh, zum Beispiel hier, Aktionsseite. Sonst switcht man wieder aus Versehen auf irgendeine Leiste, die man gar nicht auswählen wollte. Ansonsten sollte man natürlich alles Hotkeyen, was man irgendwie aktiv in der Rotation benutzt. Das wäre zumindest der Anfang. Es lohnt sich immer gleich von Anfang an alles zu Hotkeen und sich einfach langsam dran zu gewöhnen. Es gibt natürlich viele, die gerade auf der Umstellung sind, die halt noch klicken und dann halt wieder umstellen auf Hotkeys, dass man immer wieder was klickt. Man sollte sich dann halt einfach ab und zu forsen, damit man dann halt die Hotkeys selber benutzt. Das dauert so ein bis zwei Wochen. Dann ist das eigentlich so im Muscle Memory drinnen, dass man das automatisch immer einfach auf der Tastatur drückt. Ist ein bisschen Gewöhnungsumstellung, aber wie gesagt, wird dann relativ schnell werden und da sieht man auch dann gleich ziemliche Improvements vom Gameplay her. Ansonsten Dinge, die ich zum Beispiel noch gerne beinde, das sind ja die verschiedenen Mounts. Zum Beispiel, ich habe einmal einen Boden Mount, ich habe einmal einen Flug Mount gebeindet, als auch mein zum Beispiel Jagd, um Sachen zu verkaufen. Ich habe meinen Ruhestein hier gebeindet. Ich habe zum Beispiel Verzauberungskunst gebeindet. Das Winken war damals nur für die Serie hier. Hier ist halt nicht alles gebeindet. Das ist halt der Twink-Account in dem Falle. Hab zum Beispiel dann Keybind für, wenn ich hier Leiste switche, habe ich Keybind, um angeln zu gehen, meinen Köder zu benutzen und so weiter. Da ist halt alles mögliche drin, dass man auch nur irgendwie benutzen kann, damit ich halt einfach nicht immer so eine lange Downtime habe und das einfach aktiver und nebenbei halt alles einsetzen kann, ohne wirklich lange darüber nachdenken zu müssen. Also, wie gesagt, meine Empfehlung, bindet euch auf jeden Fall gleich von Anfang an alles. Sucht euch Hotkeys aus, die für euch persönlich angenehm sind. Mein Tipp war ja, ich habe meinen Mittelfinger immer auf W und dann kann ich halt einfach alles rundherum beinden, wie EQ, 1 bis 5, T, X, Y und so weiter. Alles, was ich halt irgendwie da erreiche. Und wenn eine Maus hat, die noch Sideklicks hat, muss ja nicht unbedingt so eine sein wie zwölf Sideklicks, aber es gibt ja mehrere Mäuse, die haben ja 1, 2, 3, 4 Keys auf der Seite. Die können dann auch alle aktiv beinden und können die halt auch mit einbauen. Ich hatte am Anfang auch so eine Logidech-Maus und habe da halt irgendwie zwei, drei Sachen auf der Seite gebeindet. Auch das bringt natürlich schon sehr, sehr viel, vor allem wenn es wichtigere Dinge sind. Auf der Maus zum Beispiel habe ich immer Cooldowns gebeindet. Das wäre zum Beispiel hier ist normalerweise dann Recklessness, mein Fear, mein Shout-Gleiter und so weiter. Das ist halt alles noch mit auf der Maus gebeindet. Ansonsten sehe ich schon, das Video wird hier sonst ein bisschen zu lang. Das heißt, die Interface-Einstellungen machen wir dann immer im nächsten Video. Da schauen wir uns dann alles an, wie ich alles einstelle, wie ich alles konfiguriere, sodass ihr halt das Interface in etwa gleich habt wie ich. Oder zum Beispiel gewisse Interface-Optionen seht, die ihr vielleicht noch nicht unbedingt gekannt hat. Oder die euch zum Beispiel helfen, gewisse Addons mit einzustellen. Denn ich werde natürlich auch die Addons alle mit rein konfigurieren, sodass es alles passt und für mich persönlich ein schönes Ergebnis hat, damit mein Interface umso schöner aussieht. Und das war es auch schon zu den Hotkeys in diesem Video hier. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch damit helfen konnte. Wenn ja, Däumchen nach oben. Im nächsten Part machen wir dann weiter und stellen halt dann das ganze Interface schön ein, sodass wirklich alles tiptop aussieht, so wie ich persönlich das gerne mag. Wenn ihr es anders möchtet oder beziehungsweise es anders gerne haben möchtet, vielleicht findet ihr ja die ein oder andere Information drinnen, die euch eventuell ein bisschen weiterhelfen kann. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vergesst nicht mehr auf meinen Social Media Netflix folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.